Ja, sie schützen sie, unsere Küste. Aber der letzte Sturm hat schon wieder ganz schön an ihren Fundamenten genagt. An den Dünen. Bis Wallen sind kleine Abbruchkanten bis ein Meter Höhe zu sehen und die Erosionskräfte des Wassers fristen sich schon hinunter bis auf die Urschichten des Stranduntergrundes. Auch der Strand von Kühlungsborn war mal ein Geröllstrand. So wie in Rerig oder in Bürgerende. Teile von dieser Schicht bekam man in diesem Winter eindrucksvoll zu sehen. Ja, wir befinden uns hier von R&C Comend, etwas hinter der Ortsgrenze nach Brunshaupten. Doch die Küstenschutzmaßnahmen, insbesondere das Auswechseln der Buhnen durch Tropenholz und die Sandaufspülung, haben in den letzten Jahren entscheidend zur Verbesserung der Strandqualität vor Kühlungsborn beigetragen. Vielleicht das als kleine Einleitung für folgende Momente. Dicht über dem sich ständig ändernden Untergrund und der Uferlinie. Dicht über dem sich ständig ändernden Untergrund und der Uferlinie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.